Danke. Es wird immer gefährlicher hier im Städtchen. Am besten, ja, ich sollte die Reihe jetzt noch vollbauen. Oh oh. Na gut. Scheiße. Und, ja, fress das erstmal. Hm, scheiße. Gut. Ach du shit, komm, einen noch. Einen noch. Danke, das müsste reichen. So langsam lebe ich hier richtig gefährlich. Damit kriege ich eine erste Schichtwand. Gut. Gut. Fresst euch schön durch. Sauber. Jetzt wird's krank. Jetzt kommt eine größere Welle. Oh nein. Fuck. Oh, das wird kacke. Das wird racke. Das wird kacke. Am besten. Na gut. Und Geld ist wichtig. Na gut, es gibt Geld. Und Geld ist wichtig. Nein, es kommt. Es kommt. Es kommt. Warum ein... Warum ein... Oh Gott. Was? Nein! Scheiße, die waren da. So ne Kacke. Da kann ich noch keine hinbauen. Das wäre mir jetzt zu riskant. Am besten hier die letzte Sonnenblume. Oh Gott. Die Reihe ist so gut wie tot, würde ich mal meinen. Yep. Oder auch nicht. Ach, stimmt ja. Sehr schön. Am besten noch so ein... Ja, gut. Dann hier das. Schön. Dann gibt's noch Nuss hin. Also, das wird hier richtig gefährlich, würde ich meinen. Okay. Aber Einkommen läuft gut. Also, es läuft bis jetzt gut. Ist noch nix großartig schiefgegangen hier. Ach, die gefallen mir. Drei, sechs. Ich glaube, jedes Level hat neun Level. Neun Teile, ein Level. Kann das sein. Hier baue ich noch. Ach. Ja. Ach komm. Gut. Ach, warum... Ach, egal. Es ging recht fix. Okay. Bitte hier hin. Nein. Danke. Oh Gott. Nein, das wird jetzt gefährlich. Hm. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Scheiße. Nicht da. Ach, danke. Danke. Boden fallen, oder was ist das? Ja, so pieksige Wurzeln. Obst Trice und herz. Zombie. Wie soll hier auf den Boden fallen? Gucken wir uns das nächste Level an. Und dann mach ich Schluss weiter. Okay, was erwartet uns hier? Okay, hier hat sich alles versammelt. In Ordnung. Ab ins Menü. Und... Ich werde Geld sammeln. Allerdings mach ich das offscreen. Weil es ein bisschen... ...lang dauern wird. Also gut, bis zum nächsten Mal. Euer Hellrider.